Ein Asengott. Sohn von Odin und Frieden. Und Odin ist der König. Das stimmt. Warum? Ich glaube, ich sehe etwas. Ja, ich sehe auch etwas. Ich bin der Mitte des Sees. Ich kann Ruhm sehen auf der Brust. Die sind kaum zu erkennen. Ah, okay. So. Wenn wir Glück haben, ist mein Chat wieder da. Ja! Ich habe Glück. Glaub ich jedenfalls. Da steht. Opfert eure Waffen der Mitte des Wassers. Erweckt damit die Wiege der Welt. Also... Waffen ins Wasser werfen? Ist doch gar kein Problem für dich. Wirst du es tun? Ja, ist leider nur für PS4, ne? Hä? Ach du Scheiße! Wir haben ein Problem. Okay, wir alle wissen, was jetzt kommt. Wer den Trailer gesehen hat, der weiß, was kommt. Was ist das? Ich weiß, was kommt. Ah! Es ist die Welkenschlag. Ja. Boah, ich krieg Gänsehaut, Leute. Bleib ruhig, Junge! Bin ich! Das ist toll! Ich... Das ist toll! Sie ist nicht! Ja! Mutter sagte, sie ist nett! Was sagt sie? Keine Ahnung! Ich verstehe leider kein Prase. Hey! Da drüben ist ein Schiffswrack. Siehst du? Hey, geil! Und da ist die Torstatue. Nur, dass jetzt mehr davon zu sehen ist. Das Wasser sank, als die Schlange auftauchte. Oh! Deshalb gab es den Strand vorher nicht. Da! Und da ist der Berg! Sieh nur! Das Gebäude führt vom Bergfuß bis zum goldenen Tempel. War alles unter der Oberfläche. Bis auf die Statue. Zum Glück, hm? Und da ist sogar ein Dock! Da! Neben der Flagge! Yay! Dann geht die Sichtfahrt hier mal fröhlich weiter. Wir gehen zuerst zum Dock, oder? Wir sind die Ersten, die seit wer weiß wann darüber gehen. Kennst du diese Schlange? Sie gehört zu den Riesen und ist so groß, dass sie die ganze Welt umspannt und sich ins eigene Ende beißt. Etwas übertrieben. Ich weiß nicht.